Ja. Was ist das Knistern? Das ist zu laut für ein Totem, oder? Es ist ein Totem. Ich bin direkt bei einem Totem gespawnt. Ist das Huntress? Ja. Scheiße. Ich bin weggegangen und sie hat mich nicht gefunden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Vor allem habe ich sie 20% schneller weggemacht. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh oh. Hu. Hebt sich jemand auf? Okay. Jo. Jo. Lässt sie schon wieder liegen? Nee. Oder? Ach nee, ich habe ein paar andere Fragen. Sie hat mich liegen lassen. Also sie hat ihn lassen. Oh mein Gott. Sie hat gerade alle 5 Factions daneben geworfen. Einfach nur. Weil ich im Kreis gelaufen bin. Weil ich im Kreis gelaufen bin. Und jetzt hat sie mich auch noch von... Oh Gott. Komm, ich mache alle Totems weg. Also Nötgefahr ist gebannt. Oh. Oh mein Gott. Auf 5 Stacks ist das ja instant weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind alle hier. Sie kommen. Oh Gott. Oh Gott. Ja komm. Oh Gott. Der kommt für die Punkte. Wir aus der Palette verletzen. Ich kann noch mal. Komm. Wow. Puh. Schlappisch. Ich hab noch Punkte. Guck mal, sie hatte nöt. Am Ende nöt, deshalb. Guck mal. 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 Guck mal.